Hallo liebe Freunde, heute habe ich mal wieder ein ganz besonderes Angebot für euch. Um was es sich handelt, erfahrt ihr direkt nach diesem Intro. Hallo liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald in Kamm. Heute möchte ich euch diesen Kawaii-Flügel aus dem Bauherr 1993 vorstellen. Es handelt sich hier um das schwarz polierte Modell KF1, ein Flügel mit einer Länge von 1,64 Meter. Den haben wir früher selbst neu verkauft, als wir noch die Kawaii-Vertretung hatten. Es ist tatsächlich ein solide gemachter Flügel, der vor allen Dingen auch tatsächlich noch in Japan hergestellt worden ist und nicht in Malaysia, Indonesien oder sonst irgendwo. Diesen Flügel haben wir aus erster Hand angekauft, komplett gereinigt, durchgesehen, die Hammerköpfe abgezogen, die Klaviatur wurde neu garniert. Das komplette Gehäuse wurde abpoliert und er steht nun hier zum Verkauf zum Preis von 7.990 Euro mit fünf Jahren Garantie, mit Lieferung frei Haus, deutschlandweit Parterre, ohne Erschwernisse. Erschwernisse sind so Krantransporte, Inseltransporte, irgendwelche verrückten Sachen, die sind da nicht mit drin. Und es ist auch die Parterre-Anlieferung nur enthalten. Das heißt, sind Stockwerke zu überwinden, muss das extra bezahlt werden. Ebenfalls enthalten ist die Klavierbank und der Flügel verfügt über drei Pedale. Das heißt, er hat auch ein Sustenuto-Pedal und der Preis von 7.990 Euro ist einfach so heiß, dass wir direkt einen Feuerlöscher neben den Flügel stellen mussten. Das seht ihr da, ja. Also es ist kein Scherz, Burning-Angebot, kann ich nur sagen. Und jetzt gleich wird euch Herr Mielang diesen Flügel noch einmal kurz anspielen. Herr Mielang ist unser Verkäufer. Also er ist wirklich schön klangvoll für diese Größe und ein Top-Angebot. Musik 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 Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, auch wenn ihr unsere Auszubildende Laura wiedersehen wollt. Die ist jetzt auch öfter in den Videos enthalten, genauso wie Magda. Wir binden jetzt Herrn Mielang, unseren Verkäufer, auch noch mit ein. Und abonniert unseren Kanal, dann könnt ihr alle unsere Mitarbeiter sehen. Für alle Fragen rund um den Klavierbau, ruft uns gerne an unter der 02307 12125. Dankeschön, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020